So Leute, es geht weiter. Eieieiei, das ist mal ein heftiger Bosskampf. Nee, okay, es gab schwerere und alles. Aber mit zweitigen Mann, die, ach du meine Fresse, nicht gerade stark sind, das ist gegen so ein fettes, ach du scheiße. Level 33er Viehcampen. Und ich habe irgendwie dann jetzt das Gefühl, dass eins von meinen Viechern dann jetzt verrecken wird. Blödes Gefühl. Aber ich hoffe mal nicht. Oh, scheiße, ein Crid. Nee, okay, wenigstens greift er jetzt ein Ananan an. Von mir aus kann er öfters Guburimon an... Äh, leck mich. Störb nicht. Yes! So. Oi, 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 oi. Das war knapp. So, und ich greffe mir Tiny Bomb an. Äh, okay, ich hätte vielleicht doch lieber mit Gatling Punch angreifen sollen. Blööö. Mein Fehler. Aber ich schaff's, wie's aussieht. Ich bin am Gewinnen. Call Dragonfly. Ja, ja, das macht mir auch nicht mehr sehr viel aus. Hehehehe. Halleluja, bin ich froh, dass ich davor einkaufen war. Mein Ernst, ich bin jetzt dermaßen froh. So, Gatling Punch. Mal schauen, wie viel Schaden wir jetzt machen. Tot! Halleluja, vorbei. Wo, 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 wohooho. Okay. Alter, sind gerade alle bitte zwei Level rauf? Okay. Ja, zwei Level Jeder einfach eiskalt Zwei Level drauf Eiskalt Das war knapp, Jess Du bist ein Nitro Tamer Also gewinn cooler Ich werde bis für jetzt auf Wiedersehen Ja, aber Aber erinnert dich an das Aber erinnert dich dran Ihr werdet alle von meinen Händen Verschwinden Einer Oh, ihr werdet alle von einem von Eurer eigenen Hand verschwinden Oder so Irgendwie sowas war das schon Blub Wer war das Wer war das eigentlich Wer weiß Du wurdest wegen mir gerettet Scher sei dankbar Tu nichts, dass den Namen der Nitro beschmutzt Zurück zur Stadt Lass uns den Leader informieren Okay Leute Ich sag nur Halleluja Schade, dass ich davor Argomon nicht entwickelt hab Weil ich das irgendwie voll verpennt hab Monochromon Soll ich mir Warum Level 1 Warum zur Hölle digitiert sich alles zu Level 1 zurück Okay Alles andere bleibt zwar Aber trotzdem Warum Ach du heilige Fresse Na, egal Hm Jetzt hab ich einen Monochromon Oh Gott, das ist ein fettes Maul So Jained new trade Nice one Done Yes Vermilemon Oh Oh Metalltyranomon Dark Tyrannomon brauchen sie Level 21 sein Attacke von 100 Und Darkness von 1000 Ach du scheiße Na, das ist schon mal Skullgrain So Schauen wir schon mal Für Schluck auf Dunkelheit Ja, okay Für Dunkelheit müsste ich ein bisschen farmen Aber Ansonsten Würde sich alles so regeln Ein bisschen witzig Dass ich Jedes die Man dann wieder zurück Auf 1 digitiert Ich find's ein bisschen verwirrend Man muss dann die Viecher Wieder zu Dem ganzen Level hoch Bringen Beispielsweise Du brauchst ein Level 3 30 Vieh Um das zu holen Und dann hast du Level 1 Und du denkst dir Ja Klar Super Und Naja Aber ansonsten Ist eigentlich ganz witzig Du hast ne Digitation Dann einfach mal zurück So sieht es aus Dass wir Genau in ihre Falle In ihrem Plan getappt sind Wer in der Welt Wer in der Welt war das überhaupt Ich weiß es nicht Dieser Gegner und der Gegner Der Der die Stadt zerstört hat Sie könnten beide Es können beide das gleiche Individuel sein Da Äh Äh Kaum darüber nachzudenken Ich bin Äh Ich bin Darüber besorgt Was er meinte mit Perif by the hand Äh Verschwinden bei der Hand Von einem von euch Eigenen Äh Attention Das blöde ist Ich weiß eigentlich was es heißt Aber mir fallen die deutschen Wörter nie ein Äh Ach genau Schenk so einem Schenk so einem wie ihm keine Aufmerksamkeit Hier ist kein Weg das jetzt noch zu sagen Ähm Da wir nicht Da wir nicht mit Sunshine City Da wir jetzt nicht mit Sunshine City kommunizieren können Sollten wir Vorsicht sein Dass wir von den Sachen nicht zu leicht reden Auf jeden Fall Wir haben nicht genug Informationen Äh Kontakt Ja weiterführen wahrscheinlich Keine Ahnung Ja Lasst uns unsere Investigation vorsichtig weitermachen Irgendwie sowas Jetzt Tschüss Gute Arbeit Ich bin glücklich So ein talentierendem Thema Als ein Mitglied der Night Crow zu haben Ich schaue schon vor Zu deiner Zukünftigen Performance Hehehehe Gut gemacht alle Behaltet eure gute Arbeit oben Holt eure Holt eure Belohnung im Dark Center Yes Sir Verstanden Und ich bin natürlich Stumm Ha Eieieiei Ich glaube was Denken die sich bitte auch Immer wieder alle Ja 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 Leck mich Dass es so leckt Oder stockert halt Aber stell dir vor Ne Ihr seid so Totale Über Monster Chef von Irgendeine Organisation Dann habt ihr einen Der sagt einfach mal gar nichts Und du musst ihm sowieso Immer wieder eine Belohnung geben Also das ist sowieso geil Take your reward Thema Points 110 7.180 Love.de Please continue to work hard for the Digimon Sooo Schauen wir doch auch noch gleich mal wieder Ist da irgendwie was Neues Ja da wäre sogar eine neue Start to loop swam Hm Okay beginnen wir schon mal You have accepted this quest Das heißt wir müssen wieder mit Chief Julia reden Äh davor Holen mache ich aber was anderes Dann sage ich mir Wieder auf die Digi Insel Also allgemein auf mein Thema Home und alles Um mir neue Digimon zu holen Äh das war das Ja genau Digi Lab PC Digi Digi Lab PC Digi Convert So wen kann ich mir denn holen Schamamon kann ich mir holen Und sonst noch Gummimon Schamamon Ja Und Der bekommt jetzt Einen extra Namen Ne Weil man mich Drum gebeten hat Ich hab eigentlich nichts dagegen Ähm Und zwar Wird er jetzt nicht mehr Schamamon heißen Sondern Ähm Muss man einen kleinen Cup machen Gleich wieder da So Nein Ich hab nicht nach dem Namen geschaut Ich wusste es Ich wollte bloß wissen Wegen den Zahlen Die die am Ende hat Ach der Naja Der hat Kleinbuchstaben Hab nix dagegen G Also mach ich Ausrufezeichen Yeah Ja Ähm Gummimon Ne Gummimon Bring ich noch nicht da So Das passt jetzt dann so Mhm Und ich werde jetzt wahrscheinlich Betamon mit Äh Schamamon austauschen Mann Wegen ganzen Dingmann Hab ich nicht gesehen Wo ich Grad war Dingmann ist Party 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 So influence Aussage Gen Betamon BTF Betamon ist V Zack yourselves Ach du meine Fresse Boah Wall So jetzt brauche ich duda die banken so nicht party sollen skall eile und das passt so wenn ich jetzt auch mit mir tragen dann passt das ganze so die sind auch alle jetzt geheilt ja und da oben laufen jetzt schon zwei digimon rum ja jetzt muss ich wieder zum dings zum 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 halt davor will ich mir noch ein paar items kaufen ein paar für mich wichtige items ja ich weiß schon was er hat auf die habe ich letztens nicht geachtet als ich hier war und so auf die hier man kann sie nicht auf 14.000 also kann ich mir ein bisschen was leisten bin ich irgendwann bei einer ok das passt 3900 schön und hopp jetzt kann ich natürlich auch weiter dahin gehen wo ich mit meiner mission als nächstes hin muss wo sind wir sagen ich ja jetzt müssen doch hier durchlaufen so 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 das ist falsch ja ich will zurück zu darken city ich muss ja noch mit chief julia reden voll verplant ich glaube ich werde dann hier einen cut machen und wir sehen uns im nächsten part wieder auf wiedersehen leute und viel spaß beim gucken auch wenn ihr jetzt schon zu ende seid aus in aus Vielen Dank.